Hey du, wenn du dir dieses Video anschaust, dann hast du schon einiges richtig gemacht. Denn Vielfalt ist dir bei uns sicher. Mit unseren Ausbildungsangeboten bieten wir dir abwechslungsreiche Einsatzmöglichkeiten mit viel Verantwortung und spannenden Aufgaben. Wähle einfach den Einstieg, der zu dir passt und einen Bereich, der deinen Stärken entspricht. BerufskraftfahrerIn. FachinformatikerIn für Systemintegration. Fachkraft für Lagerlogistik oder Fachlagens. Kaufmann, Frau für Büromanagement. Kaufmann, Frau für Groß- und Außenhandelsmanagement. Kaufmann, Frau im Einzelhandel oder Verkäuferin. Kraftfahrzeug, MechatronikerIn, Notfahrzeug, Technik. Kaufmann, Frau für Speditions- und Logistikdienstleistung. Nach der Ausbildung muss nicht Schluss sein, denn wir bilden aus, um einzustellen. Nach erfolgreichem Abschluss deiner Ausbildung hast du gute Übernahmechancen bei uns. Dabei steht das Thema Weiterbildung auch im Fokus, aber überzeugt dich selbst. Nach meiner Ausbildung im Hagebaumarkt Lese habe ich die Leitung im Mr. Gardener Holzfachmarkt hier in Lese übernommen. Dann bin ich nochmal zur Firma Hotze Handel und Logistik gewechselt. Dort bin ich mittlerweile Betriebsleiter. Nach meiner Ausbildung an den Standorten Köthen und Stassfurt habe ich hier in der Hotze Unternehmensgruppe ein duales Studium in BWL absolviert. Mittlerweile bin ich Betriebsleiter der Niederlassung Raten. Nach meiner Ausbildung im Hagebaumarkt Uchte war ich im Verkauf tätig. Mittlerweile bin ich seit zwei Jahren stellvertretende Marktleitung. Nach meiner Ausbildung war ich stellvertretender Marktleiter im Hagebaumarkt Lade, danach Marktleiter im Hagebaumarkt Uchte und heute bin ich Vertriebsleiter für insgesamt sechs Baumärkte. Du möchtest mehr über die Hotze Unternehmensgruppe und die Ausbildungsangebote erfahren? Dann schau dich gerne auf unserer Karriereseite um. Wir freuen uns auf dich und auf deine Bewerbung.